Ganz, ganz herzlich begrüßen zur Aufstellungsveröffnung zu unserem Thema Marilyn Monroe. Das ist eine Wanderausstellung gewesen. Wir haben uns eine Zeit in Hamburg, in Künzlhausen. Heute die letzte Station in München. Und wir haben uns dieses Thema gewählt, weil Marilyn Monroe unabhängig von ihrer Bedeutung als Schauspielerin, als Kassenmanet, als Massenidol, ja auch ganz viele Künstler inspiriert hat, wie eigentlich kaum eine andere Figur, zumindest war es eine Figur, des 20. Jahrhunderts. Und man hat sie ja auch nicht ganz ohne Berechtigung, die Mona Lisa unserer Zeit genannt, oder damals die Mona Lisa des 20. Jahrhunderts. Das Zitat ist ein bisschen älter. Und insofern haben wir uns bemüht, in der ausstelligen heutige Zeitung von verschiedenen Künstlern, mit denen wir eng zusammenarbeiten, zu zeigen, in denen Sie darlegen, wie Sie diese ganz besondere Frau sehen. Und deswegen, wer Ihnen am nächsten gekommen ist, als Charakter, als Mensch, das kann mir jemand selber beurteilen. Wir zeigen heute ebenfalls Arbeiten zu Marilyn Monroe, von Mel Ramos, von Nathan Eccano, Reuters, Israel, Romero Brito und natürlich Guldenstern. Und jetzt wüsste ich dann, wo er eigentlich ist. Der eine, die bessere Hälfte von Guldensterns ist nämlich hier auch, um die Arbeit bevorzustellen. Aber er hat sich jetzt verzogen. Er kommt aber noch mehr zu. Ich habe einen weiteren Gast. Und das ist die Dame, die jetzt mein Mikrofon in der Hand hat. Und ja, sie ist Marilyn Monroe und ähnlich. Das darf ich schon mal verraten. Sie sagt, Diamanten sind ihre besten Freunde. Sie sagt, ihr Herz gut hat ihren Mädchen und sie wants to be loved by you. Meine Damen und Herren, begrüße ich Ihnen hier bitte den betanken Musical-Star Douglas Day als Marilyn Monroe. Vielen Dank. Noch ein bisschen aufhören, ich glaube ich. Aufhören. Ich bin jetzt ein bisschen aufhören, ich bin jetzt ein bisschen aufhören. Ich bin jetzt ein bisschen aufhören, ich bin jetzt ein bisschen aufhören. Ich bin jetzt ein bisschen aufhören, ich bin jetzt ein bisschen aufhören. Oh, I will never overshare the star. I'm one of these days in my fancy looks. I'm going back home and hunched and I'm not the one who broke my heart. The one who broke my heart. The one who broke my heart. In Little Town. Oh, thank you very much. Hi, guys. I'm so happy to see you all here because the world outside is going crazy with football today. Is that right? Football and people in uniform like open your back and all that kind of stuff. Terrifying. But I'm glad you're all here. And I want to do a little something that's kind of emotional. Please. I want to be loved by you, just you, nobody else but you. I want to be loved by you, alone, as a food would be, too. I want to be kissed by you, just you, nobody else but you. I want to be kissed by you, alone, I couldn't aspire to anything higher. I want to feel the desire to make you, alone, I want to be loved by you, just you, nobody else but you. I want to be loved by you, alone, I want to be loved by you, alone, I want to be loved by you, alone. I want my shoes. I want love by you. Diddly, 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 tom, poo-poo-dee-doo. Ha, what did you do? So, the next song, the next song is about those little Christmas presents that the ladies like to have some good boyfriends or husbands. But, if the husband does not get the idea, then we can buy it for ourselves, too. Is that right? So, you might know the song, probably.